Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Uncharted Guide. Hier zeige ich euch die Fundorte aller Schätze sowie die Lösung aller Rätsel. In Kapitel 4 gibt es ganze 10 Schätze und den ersten findet ihr direkt nach dem Absturz. Dreht euch um und ihr könnt hinten im Gras die silberne Inka-Figur einsammeln. Wenn ihr kurz darauf in diesem kleinen Areal mit dem Wasserfall ankommt, geht nach links und schnappt euch das silberne Fischamulett. Springt dann beim nächsten Wasserfall über die Lücke und bevor ihr über die Baumstammbrücke geht, hüpft an der Seite herunter und holt euch den goldenen Frosch. Nachdem ihr alle Gegner beseitigt habt, klettert in diesem Areal über die Säule nach oben und sammelt den verzierten Goldring ein. Nach der nächsten Gegnerwelle, klettert an dieser Wand nach oben und holt euch den gemusterten Silberring in der Ecke. Kurz danach will man euch schon wieder ans Leder und nachdem ihr den Bereich aufgeräumt habt, geht nach links und zwischen den Bäumen findet ihr dann den goldenen Jaguar. Sobald ihr nach weiterem Geballere und einer gewagten Sprungeinlage wieder an Land kommt, geht an dieser Stelle erstmal nach unten und sammelt das silberne Inka-Gefäß ein. Ein paar nervige Gegner später kommt ihr durch einen Torbogen, hinter dem sich auf der rechten Seite ein goldener Zahnstocher verbirgt. Säubert im nächsten Gebiet erstmal den vorderen Bereich und wendet euch dann in Richtung Meer. Hinter einem Felsen dort findet ihr ein silbernes Vogelgefäß. Wenn ihr die letzten Gegner erledigt habt, geht vorsichtig an den ganzen Fallen vorbei und geht links einen kleinen Abhang hinauf, um den letzten Schatz in diesem Kapitel einzusammeln, nämlich den silbernen Inka-Ohrring. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und freue mich, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin verabschiede ich mich und sage tschüß, bis denne dann, bye bye! BCH 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 BCH